Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Hallo Leute! Ich hab auf meine Uhr geguckt. Darf ich nicht? Muss ich jetzt alles erklären? Nein, aber muss ich euch jetzt alles erklären? Jetzt mach! Das Video hat kaum angefangen und diese Personen hier, die regen mich schon wieder auf. Es ist schön, dass sie sich nicht über mich aufregen. Dann bleibe ich einfach bei euch. Ja Leute, wir hoffen euch geht's gut und wir haben heute was cooles vor. Und zwar wähle nicht die falsche Box, denn die Box entscheidet unser Outfit. Oha! Eva hat... Ihr habt euch heute Morgen schon falsch entschieden. Die falschen Zügen, jetzt kommen wir wieder hier bis und gemein. Du hast gar nicht gefilmt, merkst du was? Das ist gar kein Problem, man hört mich ja. Das ist schon, das ist das Schlimmste. Also Eva bereitet jetzt jeweils was vor. Es ist immer ein was total Schreckliches dabei. Und zwei gute Teile. Also je nachdem, ob ich die von Kahn bekomme oder du von Kahn. Das ist vielleicht auch ehrlich. Boah ey, ganz ehrlich, Eva, können wir bitte anfangen? Also je schneller das hier vorbei ist... Boah, das ist so schlecht hier heute. Die Sonne scheint, schönes Wetter, gute Laune. Yay, gute Laune! Ja, erste Runde. Okay, so, wer möchtest du vielleicht starten, die erste Box auszuwählen? Open. Ähm, eins, zwei oder drei. Okay, Danja, welche würdest du? Die bei dir stehen. Okay, dann gibst du mir die bitte. Äh, genau. Was ist denn hier drin? Die Kopfbedeckung? Da ist ein Kopfbedeckung für euch drin, genau. Drei, zwei, eins und... Yay! Ich hab sogar mal eins! Was hast du gut was? Boah, ich hab echt ne komische Perücke, ey. Was ist das? Was ist das? Meine Einhorn-Perücke. Ja gut, ich muss ehrlich gestehen, Danja hat diese Runde aber auch nicht gewonnen. Hä? Klar hab ich gewonnen. Also, ich würd sagen, äh, dieses Outfit, wir sammeln jetzt so und am Ende der Presente. Achso, am Ende dann erst. Genau. Also, äh, dann würd ich sagen... Schon Zeit! Äh, nächste Runde! Wuhuu! Darf ich als erstes auswählen? Ja, du darfst. Dann bleib ich mit meiner Box hier vor mir. Hast du reingelauncht? Nein. Ohhhh! Ich nehm die in der Mitte. Okay. Also, hier wird einmal getauscht. Ja. So, auf die Platte! Fertig! Los! Oh Gott. Das wird ein richtig fancy Outfit. Ohhhh! Ja, okay. Die von Dings hätt ich auch nicht gerne. Ohhhh! Ey! Sorry ey! Was ist das denn bitte für eine Sonnenwille? Cool! Du hast meine! Die ist super! Steht dir bestimmt. Also, zusammen mit dem Einhorn... Also, ich muss sagen, Danja hat bis jetzt, äh, ein Backpot, oder? Also gut, wenn du das feierst, cool, ne? Also, bei mir muss ich sagen, farblich passt das grad so. Ich wollt grad sagen. Ja. Ich muss sagen, ich hab jetzt zweimal tatsächlich die falsche Box gewählt. Definitiv. Also, das ist keine gute Wahl bisher gewesen. Weder die Frisur, noch hier die Brille. Ich bin sehr, ich bin sehr gespannt, wie's am Ende ausschaut. Ja, ich auch. Here we go again! Was ist das jetzt? Oberteile? Ich weiß nicht, Eva, was ist das? Was ist denn Oberteile? Okay. Wusste nicht, ob ich euch das vorher verraten soll, aber es geht so ein bisschen von oben nach unten runter. Okay. Von oben nach unten. Ja. Darf ich auch so? Ja, hallo. Richtig witzig war das grade. Ich mag, äh... Nur weil es nicht dein Humor ist? Ja. So. Dann, äh, nehme ich tatsächlich... Wir alle warten. Okay. Okay. Ich seh, am Ende wird immer noch um einmal getauscht. Okay. Okay. Drei, zwei, eins, und... Verzweiflung, Verzweiflung, Verzweiflung. Ey, ich hab ein Jackpot, wirklich. Da wird gefeiert. Was gibt's hier? Ey, das ist der beste Pulli jemals. Du läufst als... Hashtag... Warte, ist das Beste an der ganzen Sache? Hashtag... Ja, natürlich. Damit man von vorne weiß, es geht und kam. Und ich hab... Egal. Ich hab... Ich hab... Egal. Ich find den eigentlich gar nicht so schlimm, aber es passt sich zum Rest nicht. Hm. Also, ich glaube, du bist heute echt in der coolen Profi. Ich weiß ja nicht. Bis jetzt muss ich sagen, bin ich mit meiner Farbe voll sehr zufrieden. Du bist aus der Grinch, ich heute. Ja, es passt zu meiner Stimmung. Warte, warte, warte. Ja. Cool. Oh. Oh, 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 oh. Es wird heiß. Das wird heiß. Das ist echt cool. Den würd ich auch tragen. Okay, alles klar. Äh, Björn, du hast das jetzt cool, oder? Improvisationsmusiktheater. Darf ich das Ding auch? Ey! Die brauche ich noch? Bist du verrückt? Gehen auch nicht kaputt. Gehen auch nicht kaputt. Mal woanders ablassen. Ja, an deiner Box vielleicht. Fantastische Kea-Qualität. Oh, guck mal, es geht schon kaputt. Du bastest mir ne neue. Du bastest mir ne neue. Wenigstens kann ich basteln. Nicht so wie Bianca. Ja, kannst du? Ja. Niemand lacht. Mit Ansagen. So, Bianca, du darfst wieder als erstes auswählen. Wo bleibt meine Hand stehen? Fühle es, fühle es. Was hast du, wenn das Licht anzieht? Fühle doch auf. Deiner, möchtest du, oder soll ich? Ja, ich will die von dir. Hast du heute noch was vor? Na, ich frage nur, ob sie möchte oder nicht. Was ist wieder dein Problem? Eva, guck mal, anfangs hatte ich kein Problem mit dir. Langsam bist du wieder an deiner Grenze. Drei, zwei, eins. Zumindest, das habe ich meinen alten Rucksack wieder. Ja, das ist doch... Also, ich hab voll mein... Ich hab heute irgendwie mein Outfit. Ich weiß auch nicht. Ich hab schon wieder meine Tasche. Ja. Ich hab auch meine Tasche. Wobei, wenn ich die Bauchtasche sehe... Die hat schon was. Eifersüchtig, oder? Also, die Bauchtasche finde ich... Aber die ist wieder bei dir gelandet. Die gehört ja schon bei dir. Ja, die gehört auch mir. Ich weiß ganz gut. Ich hab meinen Rucksack. Also, da ist jetzt nicht viel... Obwohl sie auch gestanden hätte. Ja, ist okay. Haben wir noch eine Runde, Eva, eigentlich? Wir haben noch eine Runde, ja. Okay, gut. So, letzte Runde. Was haben wir denn hier drinnen? Ähm, es ist noch so was zum Überziehen, so ein bisschen. Okay, gut. Okay. Werden wir entscheiden? Äh, ich glaub, du bist wieder dran. Ja, okay. Du kannst eh nichts mehr versauen. Dein Outfit ist eh schon leer. Der Birner. Der Birner. Der Birner. Absolut Birner. Ich bleib jetzt mal bei meiner Kiste. Gut, dann nehm ich die hier. Okay. Wollt ihr mal als erstes reinschauen? Komm, hier. 3, 2, 1 und... Hm. Okay. Ah, schön. Bei mir ist es heute so stile echt einfach. Das ist mega bei dir. Ja. Aber die Jacke ist cool. Ich mag die voll. Die Fortnite. Hast du hier? Was weiß ich nicht, irgendein komisches... Die Bluse von... Das denn? Die Bluse von Janka. Diese kannst du entweder als Gleit tragen, als Cardigan, ich trag's mal als Jacke. Eine weitere Frage, die mich nicht interessiert hat. Als was du es tragen möchtest. So. Ich hab hier von Danja ein Hemolog. Das hat du gesucht. Oh Gott, der ist so schlimm heute. Das ist heute echt schlimm. Es ist echt schlimm. Heute ist es mal echt schlimm. Ich würd sagen, wir schmeißen uns in die Fummel und ihr seht uns gleich wieder. Ja. So ihr Lieben, hier kommt jetzt Kahn in seinem neuen Outfit. Toll. Ja, ich find's auch ganz gut. Mir steht halt alles. Mir steht alles. Wuhuuu. Warte, warte, warte. Warte, warte. Die Drehung. Und lang. Und trotzdem find ich mein Outfit wirklich sehr, sehr on point. Muss die Haare so ein bisschen werfen. So. Am besten benutzt du ne Haarnadel dafür. Ich film noch mal so ein paar Details bei dir. Was ist das für ein Oberteil, ey? So. Dazu noch passend ein Rucksack. So. So. Und bereit für die Uni. Ja. So in der Art, ne? Wenn jetzt Weihnachten wäre, würde ich jetzt zur Weihnachtsvorlesung so gehen. Ja. Mit der Sonnenbrille, den Haaren, den Pulli. Der Pulli ist noch, find ich, das Beste. Du kennst das bei den Formaten hier. Du hast halt geschossen. Sehst du aus? Sehst du aus? Sehst du aus, als hätte ich das nötig, Bianca? Ganz bestimmt nicht. Mhm. Okay. Alles klar. Also mein Outfit. Das läuft bei dir. Ist ganz okay. Ich bin zufrieden. Alles Zweitens auf dem Laufsteg heute. Danja in ihrem neuen Outfit. Hallo. Hallo. Mal, die Brille aufsetzen. Ich hab sie aufgesetzt. Nein, aber auf die Nase. Ja, aber die piek. Also ich muss sagen, das coolste ist eigentlich, dass der Pullover und der Ton da dein war. Ja, ich will das nicht tun. Kahn wird so einfach aufgefasst. Ja, das ist superwitzig. Das ist absolut perfekt. Und zeig uns doch mal ein Hashtag. Ja. Hashtag Kahn. Gester Pulli jemals. Naja, es geht so. Aber man darf nicht vergessen. Heshtag Kahn und durchgestrichen. Ja, das ist durchgestrichen durch die Bauchtasche. Ich muss sagen, ich finde, das ist ein absolut gängiges Outfit. Ich lauf eigentlich häufig so rum. Das ist sowieso meine Bauchtasche und ich finde die Brille auch ganz nett. Ich finde, das Schlechteste an diesem Outfit ist noch die Hose und die Schuhe. Also das, was du immer an hast. Ich finde das gut. Zauberhaft. Ich finde die Höslichkeit, sage ich da. Du musst schon in der Höslichkeit. Habe ich immer. Du solltest die Bauchtasche so Crossbody tragen, dann sieht man das Gesicht nicht mehr. Ich sollte sie Crossbody... Aber dann sieht man den Hashtag. Ja, stimmt. Dann sieht man auch den Hashtag. Ne. Ne. So nicht. So hier. So ist es besser. Weiter. Und das Highlight des heutigen Videos, wir haben kein Ihrem neuen Outfit. Yeah, ich sehe völlig normal aus. Egal. Egal. Du hast auf jeden Fall die richtige Box heute gewählt. Ja, also ich muss auch sagen, das ist von mir, das ist von mir und das ist von mir gewesen. Und der Kimono passt perfekt dazu. Ja, den finde ich übrigens sehr, sehr schön, Daniel. Die Farb passt ja auch zur Bauchtasche. Nee. Nein, aber es ist rohton. Darum geht es. Also ich muss sagen, ich würde fast sogar so rumlaufen. Es ist mir klar, dass du so rumlaufen würdest, du Vogel. Sagst du mit dem Bling-Bling da auf deiner Prost? Nee, also ich muss sagen, ist ganz cool. Also ja, nicht so ausgefallen, aber... Ich weiß gar nicht, dass du mein Punkt ausgefallen hast. Ja, ich würde sagen, wenn wir so zu dritt rumlaufen würden, würde mir echt, ich glaube, gar nicht auffallen auf der Straße. Nö, gar nicht. So. Gut. Daniel hat so begeistert von uns, dass sie einfach nur lachen musste. Ja. Ich habe so eine Freude. Also ich muss sagen, mein Highlight, ich finde euch beide ganz cool, mein Highlight ist das, aber mein absolutes Highlight ist heute das. Ja. Natürlich, ist doch sowieso der Stardash Show, wie immer. Also, was hast du anderes erwartet, Bianca? Sogar obwohl ich die falsche Box wähle, bin ich immer noch besser dran als du. Ja, aber merkst du was, du hast unsere Teile, Daniel. Ja, ist doch vollkommen okay. Aber sie sehen natürlich besser aus an mir. So, ganz einfach. Diskutabel, diskutabel. Absolut diskutabel. Boah, ich kann mir jetzt langsam hier. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was war euer Highlight und was fandet ihr besonders cool. Oder was hättet ihr vielleicht anders kombiniert. Ja, also wir konnten... Ja, genau so. Ja, wir konnten es unser ähnliches. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Blog aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. So sieht es aus. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.